Hast du schon gehört? MC Boogie rastet wegen Sinan-G und Roos komplett aus. Die haben Berlin-Verbot! Die sind auf die Straße gekommen! Sinan, wo bist du denn? Wo ist denn Roos hier? Keiner stoppt mich, Mann! Weg da! Seit einigen Tagen gibt es einen Schlagabtausch zwischen Boogie, Sinan-G und Roos. Um die Sache von Angesicht zu Angesicht zu klären, hat sich MC Boogie auf dem Weg zum Berliner Rosenthaler Platz gemacht. Ihr habt schon wieder die Nacht vorgestellt mit euer Internet-Fidder. Kommt mit Bock mal her, mit euch ein. Und wer euch beschützt, soll mir das Gesicht sagen. Uns auch, meine Freunden. Und die kennt ihr nicht! Auch die Rapper Mock und Flair scheinen in dem Beef involviert zu sein. Guck mal her, ich mach mal, ich will. Pass mal auf, Sinan. Wo bist du denn? Wo ist dein Roos hier? Komm heute Nacht in meine Straße. Und du, Flair, übermorgen parkt. Keiner stoppt mich, Mann! Boogie hat die Schnauze voll und erteilt Sinan-G, Roos und Flair Berlin-Verbot. Das geht für dich, Roos und Flair. Ey, ihr wisst gar nicht, wen ihr hier vor euch habt. Ich bin euer Eintrag. Für mehr Rap-News, mach das bloß weg und folg unserem Kanal. Wir halten dich auf dem Laufenden.